Ja, langsam halten. Und gleich überbauen wir mal, wenn das so weit ist. Saueng hier. Warte, warte, lass ihn, lass ihn. Zauber, Thomas. Zauber. 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 Außen war da hoch, oder? Na ja, gleich. Ganz hinten? Ja, dann müssen wir. So wie eben. Nur den langen, ich den kurzen. Über die Seite rüber? Ja. Wieder so wie eben. Rein zerren. Ist nicht schlecht, ne? Ja. 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 Ja, super geil. Ja, super geil. Mal gucken, ob wir ihn heil reinkriegen. Ich hoffe das. Ganz spannend hier, weil es wird sauereng. Kriegen wir hin? Ja, wir müssen den hinten reinziehen, Robert. Ja, holen wir den hinten rein. Die Kamera. Ja. Da liegen noch vier Batterien. Ja, das ist. Leider in die Teckling-Metal da. Ich hänge am Seil dran. Mit meinem Köder. Ja. Also der Fisch ist nur noch an der Harpune dran. Also der Fisch ist nur noch an der Harpune dran. Die Harpunenspitze drin. Lassen wir hier los reinlegen. Das geht nicht. Sieht ganz gut aus, ne? Ich denke ja. Siehst du, ich ja. Nicht überraschen, wenn nicht. Thomas, darf ins Mauern. Soll ich? Ja, mach du. Der andere ist jetzt hinten. Der andere ist jetzt hinten. Das ist jetzt kurz. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich mach's. Ich geb er. Hey, ist er gut? Stepp dir das rein. Ich hab mit dem Haken auf. Ich hab meinen Vortrag. Ich helfe. Ich bin krank. Ich bin krank. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei und jetzt. Jawoll. Juhu. Geil. Geil, geil, geil. Du warst. Ha. Ha. Vielen Dank.